Hallo und herzlich Willkommen zur 106. Folge The Western Front Armies. Wir spielen mal wieder USA im 4v4 zusammen mit drei Soviets. Sub-Doc, James Bennett 5788 und Kung Da Hung. Und wir spielen gegen Arminius, gegen Dr. Schulz 666, Deuss GBU, die drei haben Wehrmacht und dann noch gegen einen OKW-Spieler. An horrible count. Und ich glaube, wir werden mal wieder die Infanterie-Kompanie nehmen. Einfach nur, oder fast ausschließlich nur, wegen der Bewaffnung. Weil mit der Bewaffnung kommen wir eigentlich relativ gut klar. So können wir uns auch die Upgrades für die Brownings sparen. Das finde ich eigentlich eine geile Sache. Auch wenn wir dadurch die Brownings ein bisschen später erst haben. Das ist natürlich ein kleines Problemchen sein kann. So, ähm... Jetzt bin ich gerade noch am Grübeln. Ja, das finde ich gut, dass du hochläufst. Das finde ich sehr gut. Ich glaube, wir nehmen lieber nochmal einen dritten Propp. Mal gucken, dass wir hier vorne vielleicht einen Bunker hinsetzen. Wo geht er jetzt hin? Ich hoffe, er nimmt die Moon. Das war super. Ja, der nimmt die Moon. Das ist perfekt. Dann passt das ja wie die Faust aufs Auge hier. So. Wir werden jetzt hier schnell in den Bunker setzen. Ich glaube zwar nicht, dass wir den so schnell rauchen werden, aufrüsten werden. Aber... Wir werden auf jeden Fall erstmal so weit nach vorne. So. So, dann werden wir da mal rein. Da erstmal mit den Granatwerfern ein bisschen terrorisieren. Super. Das gehört alles schon mal uns. Okay. Da sind die Ersten. Ja, lass sie mal rankommen. Lass sie mal ruhig rankommen. So. Immer ruf da. Schönen Überzahl kämpfen. Bewegung! Geh zu dieser Position! Ah, genau. Da kommt... Ey. Oh, was kommt denn da? Oh, wir kriegen hier gleich einen Flamer. Als Unterstützung. Das ist natürlich richtig geil. Dann können wir schon mal die Granaten so weit erforschen. Tüm, tüm, tüm. Komm mal ran hier. Dass wir das hier jetzt einnehmen. Bewegt euch, verdammt! Sehr gut. Super. Wir stoßen ein feindliches Territorium. Also nur ab... Das ist doch ne geile Sache. Blöv. So nicht. Immer schön in Deckung bleiben, Jungs. Sehr gut. Geht mal ran. Drückt sie mal weiter zurück. Das sieht doch gut aus, was ihr hier macht. So. Ja, sauberes Ding. Da können wir uns ja gleich schon einen Lieutenant holen, wenn das so weitergeht. Geht mal raus. Und baut hier mal Munition erst mal. Das wäre vielleicht erst mal besser. Ja, guck mal. Da sind sie doch. Da sind sie doch. Ja. Weißt du was? Guck mal her. Und nun? Was machst du jetzt? Das würde ich jetzt gerne mal wissen von dir. Ja. Hast du es eingesehen? Wir wirst du nix. Du Arsch. So. Das ist auch fertig. Kommt mal hoch hier. Und mach dann mal hier. Hier so. Dicht. Das wäre mir sehr lieb. Mhm, 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 mhm. Wollen wir mal. Tö. Okay. Okay. Das ist ja gut. Haben wir sie hier komplett vertrieben. Find ich ne extrem gute Sache. Tö. 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 Ach, guck mal an. Guck mal einer an. Haben sie einfach mal hier so einen Bunker hingesetzt. Und scheiße, dass wir dagegen gar nichts ausrichten. Tö. Naja, holen wir uns mal einen Lieutenant. Und dann holen wir uns mal so einen Flaggpanzer. Hm. Macht er echt gar keinen Schaden. Tö. Tö. Okay. Hm. Oh. Kommen wir ja nochmal hier hin. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Gott, das werden wir im Kopf verloren. Boah. Schwanerei. Schweinerei. Na? Ich hoffe, dass sie das da oben hinkriegen. Das wäre eigentlich die Hauptsache Eigentlich Na okay, wir verpassen uns lieber mal Krankenwagen fehlt uns ja noch Fällt mir gerade mal ein Jetzt müssen wir mal hier so ein bisschen was machen Dann lasst du das mal Ob das reicht Brauchen das Munizierenchen würde ich sagen Gut Das war doch schon mal auf jeden Fall ein ganz netter Start Wir haben den kompletten Norden soweit Haben sie ein bisschen nerven können Jetzt müssen wir nur noch gucken Dass wir das hier auch gehalten bekommen Das wäre jetzt das nächste Das ist auch gut So Hallo, wieso läufst du da jetzt rein? So, kommt mal ran hier Ihr möchtet euch jetzt gleich mal ein bisschen Munition holen Beziehungsweise Bewaffnung Sobald das fertig ist So, hop, hop Noch eine Sehr gut Zack Damit haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal Mit ganz netter Offensive Jetzt müssen wir noch Oh, jetzt haben wir Wartet mal Da können wir doch gleich Guck mal hier Viele Punkte fehlen da nicht mehr Und wir trotzdem schon mal nach vorne Du nicht Komm, noch ein Punkt hier Ein Punkt Ein oder zwei Ticks Müssten das sein Wir haben hier nichts zu tun So geht das aber nicht hier So geht das aber nicht hier Jetzt Sehr schön Na, da soll das aber nicht so direkt hinfahren So ein bisschen gefährlich Hm Ja Dann wollen wir uns so nicht mehr kriegen, oder? Hm Zack, zack Bewegt eure Herrsche Los Mochini So Jetzt müsste doch eigentlich mal die Anate kommen, genau Oh Jetzt kommen da noch mehr Jetzt kommen da noch mehr Befehle Lauf Geht nach dort drüben Wieso geht das aber nicht hier Hm Na gut Wir wollten ja das Halbkettenfahrzeug holen Sollen wir jetzt auch tun Okay Die haben sich wieder verpieselt Dann werden wir jetzt hier mal so ein bisschen rumlaufen Und die Umgaben mal von hinten wegkauen Sehr Na Was wollt ihr denn hier? Bewegt euch, verdammt Schaut mal ab Geht weg Hm 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 So Weg damit Der muss weg Er nervt mich So Das geht Totze Totze Sehr schön Dann haben wir doch schon mal ein Problem weniger Hallo Na Was soll ich mit uns anlegen? Wirst du gerne haben? Macht sie mit den Kranauern Wir haben da aber auch was von Guck guck Jo Sauber Das war der Druck Schieß sie mit den Kranauern Stopp 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 Das muss so gehen Das muss so gehen Na gut Wollen wir uns mal nicht übertreiben Was denn da? Jetzt dann mich verarschen So Na komm Ein bisschen ran da Dass er da auch noch mal was von mitkriegt So Na Wow Er hat aber Er kriegt aber richtig So ist das eine schöne Sache Weg damit Irgendwie hat er nicht richtig geschossen gehabt Naja Pfeffer ist hier jetzt alles wieder tot Die sind alle wieder ready Komm 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 Oh 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 Bewegt dich Nicht lecken Leggen ist scheiße Leggen ist kacke Musst du jetzt aber nochmal schnell hier rüber Das ist gut Haben wir eine gute Position Nein 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 Oh Gott Oh Gott Fahr weg Oh Haben wir eine gute Position gehabt Ja Das sollten wir dafür packen Ja Sehr schön Da Haben sie sich schon zurückgezogen Ja Das kam jetzt aber extremst spät Naja Nochmal lieber hier hin So geht das ja nicht hier So geht das ja nicht Arschloch Ich habe das Ding echt noch kaputt gemacht Ja Jetzt kriegt er aber Jetzt kriegt er aber Oh Das geht aufs Maul So ja wohl nicht hier So ja wohl nicht Dann müssen wir nochmal schnell hoch So Können wir wieder einen Bunker bauen Dum 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 So Haben schon wieder guten Lernpower über Wo sind sie Wo sind sie Äh ne Wir flaggieren sie Nicht andersrum Unglaublich So Übersteht Das ist gut Ich würde mal sagen Hier haben wir wieder alles unter Kontrolle Aber Bald werden die decken Panzer auf dem Feld Auftrauchen Da ist schon einer Okay Das ist nur ein Stück Aber trotzdem Reicht schon Was denn bloß weg Danke Sehr gut So Ziehen wir uns mal bis hierhin zurück Willst du Ach der ist sogar leer Ich brauche ne Bielen halt Haben wir ihn sogar leer geschossen Wie geil ist das denn Nice 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 No Reichen die fünf Mann Ja Bringen wir den mal in Sicherheit Dum 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 Dann brauchen wir mal einen neuen Papier Den übernehmen Ach so Und brauchen wir hier auch nochmal einen Bunker ein Warum nicht So Dann müssten wir jetzt eigentlich mal hier irgendwie Was gegen die Dings tun Oh So Das war jetzt aber ein Scheiße Ihr mal rein da Das ist jetzt gerade ein bisschen doof Dann müssen wir mal wieder hoch Mal wieder Okay So Das Ding muss jetzt nochmal repariert werden Die werden ja wohl nicht weit kommen Nur so wenig wie die So Wo ist jetzt der Panzer Das ist aber nicht die feine Englische Na komm Kriegst du mal ne Granate Wenn du schon so nett bist und mitkommst Bereitwachen Männer Verschwinden 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 Das Gewicht So Wer ist festgesetzt Na komm Sehr schön Sehr sehr schön So Ich hoffe mal Dass er die jetzt wegkriegt Müsste er aber eigentlich Okay Oha Oha Und das was wird Ich glaube wir schaffen das Sauber Und der nächste der freigeschossen ist Na das ist ja witzig Oh oh Okay Das war jetzt nicht so schön Schade Dankeschön Ich will den Panzer haben Ich will den Panzer haben Nein Halt So Dann machen wir uns mal das hier Äh Ach das ist ja echt geschafft Der Sack Gibt's aber nicht Halt Da müsst ihr mal Schützen Ähm Willst du mir verarschen? Willst du mir verarschen? Oh Das waren Unsere Jungs Das war jetzt aber gerade echt nicht nett Das war jetzt gerade Eberhaupt nicht nett Kommt denn da schon wieder Äh Ich werde nicht verlieren Stehen unter Beschuss Zieh dich da mal Au 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 Sehr schön Er muss mal ran hier Ja ja hör mal auf Ich will zu meinem Krankenwagen Danke Ey Zieh dich Au 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 Jetzt lass das doch mal Mach es nie Ja Okay So jetzt wird er endlich repariert Das ist nun die nächste Frage, wo müssen wir denn jetzt mal zuschlagen? So, und ich werde jetzt mal hier die nochmal nachrüsten lassen Tja, ich glaube nicht unbedingt die beste Situation Was? Tiger? Jetzt schon? Ach die Scheiße Das ist schon übel Das ist schon richtig übel Oma ruft da, auch der Oma Oma ruft da auch der Oma Na, sollten sie aber auch nicht übertreiben Fußdrucken müssen wir das schon machen, mit Sicht und so Komm schon Sehr schön Ist der kaputt? Ne Doch Nice Das ist natürlich richtig nice Jetzt müssen wir uns auch nochmal verziehen hier Oh Gott Ist schon wieder fast tot gegangen Oh Mann, oh Mann Das war jetzt echt haarig Lade deine Rakete Puh Der Feind überrennt einen unserer Eroberungspunkte Ah, die sollten das doch verpacken hier Sehr schön Tja Tja, sieht doch gut aus, was wir hier gerade treiben Jetzt müssen die nur noch irgendwie alle überleben Jemand darf sterben Dann reicht das auch Das kommt klar Super Schüsse Oh Mann, oh Mann Das ist aber hier auch ein Kampf Ich hoffe mal, dass sie den jetzt schnell genug fit kriegen Ich hoffe mal, dass die gerade jetzt herkommen Ah, shit Die sollten doch eigentlich noch hier bleiben Ich glaube, wir sollten mal lieber erstmal schnell auf den reparieren Ah, komm Immer Rufe vor Augen Oh, oh Wow Das sieht doch nicht gut aus Jetzt haben wir den zumindest schon mal verloren Aber der hat uns gute Dienste geleistet Sehr gute Dienste Ah So einfach wird das nix Na, komm Mach das Ding weg Sauber So So Endlich Puh Müssen wir aber echt mal schauen hier Das sieht alles gerade so semi-optimal aus Ah So, komm Ab nach vorn Dürfen denen das nicht Geben Ach So schlau war Nicht im Feuer stehen, Mensch Was sollte denn so wohl? Ja Das stört jetzt eher uns Das sind Gegner Mann, Mann, Mann Mann So, komm Und jetzt da nochmal so ein bisschen Und hinten ergern Sehr schön Das war gut Das war richtig gut So, komm Kannst du nochmal Kannst du nochmal Ach Zieht euch Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Die Sorten auch weg Die Sorten auch weg Nichts mit einnehmen gerade Ah Ah Nein Das war jetzt scheiße Okay So langsam wird's böse langsam wird's richtig böse Mhm Das zieht doch nicht da so ran, Mensch Oh Gott Okay, das ist jetzt echt ein Problem Das ist jetzt ein richtiges Problem Oh weh, oh weh Oh Na Dann hat sie weg Ah Gott, 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 Gott Jetzt aber ganz schnell Und da ist auch noch ein Tiger Ach du Scheiße Ach du Heiliger Puh Oh Druck verloren Einfach mal so Ja Den kriegen wir nicht Was ist da oben? Auch noch ein Tiger Okay Jetzt haben wir noch einen Druck verloren Das wird jetzt langsam echt hart Tja Was machen wir denn da? Was machen wir denn da? Ah, den kriegen wir auch nicht mehr Ja, scheiße Kann man sich ja eigentlich schon mal hier drauf vorbereiten, mal um sich zu verziehen Weil Das wird sonst so nix Versuchen wir da oben mal zu supporten So gut es dann irgendwie geht Hm Das ist nicht so gut Das ist nicht so gut Na komm repariert den mal Sehr gut Oh geil Das ist... Ah, scheiße Versuch das einfach Versuch das einfach Versuch das einfach Vielleicht checkt ihr das Aha Nicht Schade Das ist jetzt schade Auf die Beine Bewegt euch Gibt ihr das dann auch nur? Haltet euch bereit Dürft das gar nicht Schieß sie mit Fragmentgranaten nach Hm Das war ja jetzt auch nicht so toll Bringt das Ding Alles klar Äh 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 Und so dass er nach vorne kommt Na, dann ihr das Ding lieber Zock Sehr gut Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Was da alles angeschissen kommt Puh Tja Das ist genau das, was ich schon mir gedacht habe Was passieren wird Das hier einfach zu viele von den Panzern rumfahren werden Und schon Sehr schön Müssen wir uns erstmal auf den da gehen Oh man Was für ein Gemetzel Huch War aus Versehen einen leichten Panzer gekauft Scheiße War ja mal überhaupt nicht der Plan War ja mal überhaupt nicht der Plan Oh die scheiß Pack Die scheiß Pack Die scheiß Pack Also wie du da nochmal aufräumen wirst Bitte So Sehr schön Mach da mal weg Oh Gott was soll Wo bist du denn rum Wo kursst du denn rum Wo kursst du denn rum Wo kursst du denn rum Oioioioioi Ist doch fast kaputt gegangen Puh Puh Tja Tja Was ist jetzt der Masterplan Ja das war ja zu erwarten Das Ding ist mir eigentlich auch relativ egal gewesen War eh nur dummer Zufall So So Weiter 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 Ja Können wir noch ein bisschen mitnehmen Hm Hm Nein 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 Ich hab das zu hin Naja Das ist zu spät Nimm den mit Ja Wer will da unbedingt hin Pum 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 Na gut Na gut Na mit den SOs so hinzufahren ist aber auch ganz schön mutig Mann 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 Ja den solltest du da einmal angreifen So Nun gut Nun gut Jetzt werden wir es nochmal probieren hier Wenn wir das mal hier einnehmen Ey Schwein Die Männer sind bereit zum Einsatz So Da nochmal hin So Das haben wir jetzt gleich Na komm Nimm das ein Zack Wunderbar Gehen wir mal hier hin Gehen wir mal hier hin Tup 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 tue Lass sich doch nicht von denen da wegschießen Ach Mach den Hop hop Los Los Wird er diesen noch rausgekriegt Ach Ooooooooh Okay Haben wir den jetzt schon wieder verloren So ein Kack Na Mach dir da auch mal bitte was Wo Oh weh Ich glaub wir haben jetzt auch nochmal hier unserothes Umlorden. Wollen wir damit nochmal was... versuchen zu reißen. Langsam... kann das ja nicht mehr angehen hier, ne? So. Der muss nochmal repariert werden. Ach, ich habe wieder einen Grupp verloren. Sniff. Sniff, sniff, sniff. Wir haben ja eigentlich genug Manpower. Okay. Schon wieder ein Tiger da oben. Ach, so. Geht da hin. Hier auch. So, nochmal reparieren. Da lohnt nicht. Da auch nicht. Mach mal einfach mal. Mach mal einfach mal. Mach mal was passiert. Ach shit, damit haben wir uns das jetzt versaut. Ach, egal. Egal. So. So. Und ich bin ja jetzt mal echt gespannt. Hm. Da hinten ist er. Das ist ja gar nicht gewesen. So. Was macht ihr denn da, Mensch? Hör mal hoch auf auf. Ohne. Ich soll hin und her eiern. Guck mal da. Da kannst du mal hin. immer ruf da so und jetzt auf den da so immer schön ruf auf der Arme kommt schon der kommt weg der kommt ja weg so so noch einer scheiße bei der für die flanke klasse geschichte und dann haben wir auch noch naja auch noch so einen verprallern äh scheiße der Raketen drin hatte das finde ich auch ganz geil ist ich glaube wir werden jetzt mal anfangen da hinten wirklich Sperrfeuer raufzulegen oh 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 so macht sie weg wir machen euch weg super ja oh man nicht schön noch mal reparieren hier treibstoff wird es auch langsam knappig da werden wir wohl auch nichts erwischt haben oh weh oh weh ja die Panzer die Panzer werden uns den Arsch aufreißen und zwar vom feinsten oh man wenn wir jetzt hier oben wenigstens noch mal irgendwie das hinkriegen würden ja das ist schon mal was ja das was da alles ist wahnsinn Wahnsinn oh 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 ein Mann noch na 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 ich müsste sterben mein Freund wir brauchen nochmal irgendwie ein bisschen Bewaffnung geht nicht anders äh die Kripp verloren Tja vielleicht einfach mal nochmal raufhalten äh scheint aber gar nicht zu warten doch nein tut er nicht scheiße ah da können wir nochmal hinhalten immerhin oh man tja was machen wir denn da was haben wir auf jeden Fall erwischt muss sein scheint so haben die schon beides ach wir haben schon beides dann ist ja okay haben die aufgeräumt die Flammen sieht so aus ne da musst du rauf schon genau und mal ruf auf oh meh nicht wegfahren was ist denn da alles gewesen da hat sich ja auch so einiges angesammelt das richtig gesehen hab bringt die Rakete ans Ende des Trucks bringt das Ofenrum ans Ende des Trucks oh das ist natürlich echt fies wenn wir jetzt ein bisschen hier in Zugzwang reinkommen oh da kommen sie schon da ist auch noch was oh Gott was zu händen alles voll hier oh oh aber ja jetzt haben wir die Raubgarnate boah das Ding hat übelst gesessen das zum Glück aber auch die Sicht ist unser Problem die Sicht ist ein Problem war da oben nicht noch was wir sollten hier weg ich hab's schon gegriffen immer schön auf die Panzer bitte ähm so wirst du nicht schießen und jetzt ein bisschen spät ja kriegen wir den oh was ist denn da los ach du Scheiße ach du Scheiße oh man jetzt müssen wir hier echt ein bisschen aufpassen oh wei oh die noch mal eben schnell weg hier so sehr gut oh ein leergeschossener Tiger wie geil ist das denn oh 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 scheiße Scheiße na den werden wir aber auch nicht wegkriegen na ah oh Gott das will ich nicht hier aufs Maul kriegen gerade das ist nicht feierlich oh 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 tja tja der kurst auch rum hm tja jetzt so langsam müssen wir nochmal hier mitpacken ein bisschen äh äh jetzt sind wir voll am Arsch die schon viel zu dicke Fahrzeuge haben oh Gott alleine die beiden mhm ouch 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 oh man was für ein geschlachter was für ein geschlachter hm was was bringt ist die nächste Sache wir bekommen neue Befehle na der kommt auch nicht mehr weg oh oh weh oh weh oh weh oh weh jetzt kommen die nach oben wir werden uns dann auch den Arsch aufreißen puh tja man muss eigentlich nur nochmal probieren hier so ein bisschen mit Paxen kleine Pace auszubauen das wäre ja nochmal was ja jetzt müssen wir aber auch da nochmal hin oh 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 komm schon ich müsste aber jetzt hier einfach mal weghauen ja aber die Flammen waren echt voll für den Arsch wow so so komm gib den das wäre doch jetzt hier nochmal was wenn ihr die nochmal weghauen könntet komm schon na oder doch nochmal er den hopp 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 er lebt immer noch sehr gut jetzt nochmal den hier sehr schön das war doch jetzt mal eine Aktion die nicht schlecht war hmmm tja tja jetzt ist die Frage was machen wir jetzt hier ja das ist mir auch bewusst dass wir das holen müssen das ist mir auch absolut bewusst komm schon komm schon ja immerhin oh oh god oh mein god was da jetzt alles ankommt nicht gut oh wei oh wei oh wei jetzt zieht mal hier einmal hin wo ihr euch da mitten in die Farbe gebt bürst guck holkl es merkel sich vielleicht werde da ob das aber schon fast nicht mehr puh okay Pause Na, sauber. Dann dürften wir ja wohl noch kriegen. Das gibt's doch nicht. Wer kommt echt noch weg oder was? Naja. Soja wohl nicht. So. Müssen wir aber noch mal hier die hier weg machen. Das wird zügig. Aua ja. Noch mal schnell heilen. Puh. Wenn wir das jetzt noch gedreht bekommen, dann... Toi, toi, toi. Na? Scheiße. Na, das hat jetzt glaube ich auch keiner mitgekriegt. So richtig. Na, doch. Komm schon. Komm schon. Sauber. Mach den weg. Sauber. Super. Schaffen wir es hier doch noch, oder wie? Das wär ja mal ein... Knaller. Tum, 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 tum. Da ist ja noch ein Tiger. Wow. Wow. Das ist ja echt... Wow. Fällt mir nicht viel zu ein. Puh. Zumindest ein bisschen Zeit erkauft. Wenn wir jetzt noch den Tiger da wegkriegen könnten. Das ist natürlich richtig geil. Okay. Ah, glaub das Sven. Zieht euch mal. Puh. Oh. Da kommt jetzt auch was. Okay. Nicht schlecht. Okay, da sind auch jetzt welche, aber nicht so viel. Puh. Was für ein Fight. Meine Güte. Das gib es doch nicht. Da. Panzer. Komm schon. Du darfst jetzt mal. Ey. Jetzt hat er den Trupp da gleich wieder erwischt. Und dann bleiben wir halt hier. Das können wir uns jetzt nicht erlauben. Puh. Wieder welche weggehauen. Und wie viele Panzer vor allen Dingen. Wow. Okay. Nein. Da oben brauchen wir Hilfe. Aber noch so viele Brunker hier überall gesetzt. Puh. Komm mal schnell hoch da. Oh, passt. Wunderbar. 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 Ich könnte jetzt doch nochmal nach hinten. Einmal abbauen. Oh. Haben wir unsere Pios verloren. Na komm. Da. Wir auch. Aua. Muss das denn sein. Oh, oh, oh. So. Hm, 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 hm. Der will die aber auch nicht in Ruhe lassen hier, ne? Der Arsch. So. Ah, das reicht nicht für beides. weil so lange dauert das nicht doch noch mal da hin ok jetzt muss man hier noch mal ein bisschen reparatur betreiben oder wie ok kriegt dann mal hier priest-unterstützung was ist denn da schon wieder los wir wollen nicht hier das ist ja nur das ist doch gar nichts was für ein kampf hier so wahnsinn bis jetzt ich hab schon gedacht dass es ein bisschen früher vorbei ist ok jetzt muss man da wieder hin hin und her und hin und her ich muss doch noch mal hier in die richtung bewegen mhm 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 zuckig ok bin ich schon mal gespannt was wir da jetzt entdecken werden ok das reicht erstmal das auch ok da sind auf jeden fall welche tüm 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 ich bin mal ein bisschen aber das gibt es doch nicht kann doch nicht alles machen ok das geht nicht ok aber noch mehr ok oh aua au 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 ja da haben wir wieder einen trupp verloren nein gibt es schon wieder den edited truppen ok warum denn immer die sterb er jetzt mal das gibt es nicht das gibt es doch nicht tja wir müssen uns einfach mit gruppen gegenhalten oh man die können hier nichts mehr anrichten die können da nichts gegen machen keine truppen mehr geht doch mal dahin bewegt euch keine truppen keine truppen jungs guckt doch mal hin ach nicht gut ich habe einen Punkt für einen Punkt hier gerade ja ich sehe ich das nicht oder was ist da los was ist mit dir Klima wir mit dir einfach mal da so raufhalten auch das ist ja auch nicht gut es läuft hier gerade alles ein bisschen aus dem ruder habe ich so das gefühl die ist natürlich geil und schon da kannst du auch noch mal richtig helfen sehr gut wo ist das? das mag ich nicht oh 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 sind sie da auch schon wieder? oh Gott 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 links und rechts und links und rechts und links und rechts so die haben auf jeden Fall aufgeräumt ich glaube die IS Panzer werden jetzt echt den Unterschied ausmachen das sieht auf jeden Fall gerade schwer danach aus der Feind hat jetzt nur noch 75 Punkte unter Raketenbeschuss bereich gesichert so bist du schon wieder wow das kommt denn da jetzt schon wieder alles an so ja wohl nicht hier schon lasst sie bluten au die lassen uns aber genauso bluten scheiß Elite-Tropen genau ja die Breite schenken wir uns lieber so ach shit ach shit zu spürt wo guck mal hier Panzerschreck für uns als Geschenk das ist doch eine schöne Sache ui 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 dann noch mal ein Panzer mhm 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 so ich denke mal das sollte hier kein Thema sein dann guck mal was noch mal Panzer Schreckere schnappen wir uns alle ok das ist schön zwar auch einer abgekriegt aber egal na das sieht doch gut aus jetzt oh die wollen jetzt echt aufgeben ja wir haben sie gebrochen krass 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 also das war wirklich ein super Spiel das muss man ja mal wirklich sagen wir haben sogar was bekommen mhm naja aber immerhin mal was neues auch nicht das schlechteste ja das war doch mal ein geiles Spiel das war doch mal ein richtig geiles Spiel da bin ich ja jetzt mal gespannt also verloren haben wir ja einiges trotz allem hm na zeigt mir die Punktekarte wow 42.000 alleine der Jackson das ist schon nicht ohne ja mal hier mhm ja die Etappentrupps natürlich nicht schlecht auch massig verluste eingefahren ja ich würde mal sagen Hut ab das war ein schönes Spiel und ich hoffe ihr habt dabei auch Spaß gehabt so zu gucken auch wenn ich halbwegs am verzweifeln war ja und ja wir sehen uns dann beim nächsten Spiel auf bald mit mit recht mit la hu lä ec la